Wo herkömmliches Malervlies verrutscht, nervige Abdeckfolie zerreißt oder Krepp-Klebeband aufweicht, hält der Abdeckblitz stand. Der Abdeckblitz ist ein selbstklebendes Schutzvlies und wird einfach ausgelegt, angedrückt, zugeschnitten und später wiederverwendet. Und effektiver geht es nicht. Er haftet sogar auf Teppichen und Möbeln. Das ist meisterhafte Qualität für den Heimwerkerbedarf. Das selbstklebende Schutzvlies ist ideal für sämtliche Maler- und Renovierungsarbeiten und schützt Ihre Einrichtung und Böden sogar bei groben Arbeiten vor Verschmutzungen. Auslegen, andrücken, zuschneiden und wiederverwenden. Der Abdeckblitz hat eine rutschfeste Oberfläche, ist außerdem reißfest, wasserbeständig und chemikalienfest. Kein Stolpern mehr über rutschige Standardbodenbelege. Der Abdeckblitz haftet auf Metall, Kunststoff, Textilien nahezu überall. Und das Beste, nach den Arbeiten rückstandslos entfernt und wiederverwendbar. Der Abdeckblitz. Effektiver geht's nicht.